hallo und herzlich willkommen wieder zurück in einer weiteren folge heute wird dabei unser lasse und michael und die mühweh haben eine mühweh geil werft mich weg mühweh ja der lachs ist ja gut zu stimulieren kann man ja lange von essen ja wenn es weiter geht ja wir kommen ja gut voran also von mir aus kann man weiterfahren ich habe alles was ich haben wollte gut ich hole da anger rein alle da wenn ich es zu spät so meine pupp hat hunger was gibt es eine gute chef koch wir hatten den haier legt oder chicken wings so was habe ich jetzt hier aufgenommen oh nice sieben kupfer 10 erz ist noch eine menge wasser muss ich noch trinke ich habe jetzt vier schmerz öffnen ich mache jetzt nur noch schalen ja wenn du nicht was anderes damit machen kannst das lohnt sich nicht vier liegen fünf scheiben teils teilt euch drum ich habe ich habe vier also ich habe vier schmerzen die brauchen extrem viel holz also das holz ist nicht das problem ich habe hier jede menge holz die frage ist halt bloß was kann man mit ton noch machen nichts ich habe keine anderen rezepte wir können aus ich kann aus ton nasse ziegel machen oder halt ich kann aus den nasse ziegel nichts anderes machen gut ich komme aber jetzt mal hoch um deine öfen zu befeuern ja wäre super oh du öfen hast du noch eine kohle drin beautiful hat er auch zu mir gesagt kannst du aufhören mit der öfen fremd zu gehen ja die gehören zu mir na komm die gehen doch nicht fremd die kennen mich doch mhm die kennen mich doch so ich schaue dann wo weiter und wir machen da irgendwas mit den nestern falsch ey dass da immer noch keine ei drin ist ja ich verstehe vielleicht seht die möwe jetzt also jetzt sitzt sich die möwe zum töten einfach nur hin und das möwe legt ja keine eier aber ich glaube die eier kommen von einem anderen tier welchen was sind die fragen über fragen sind wir eigentlich noch im kurs äh habe ich gar nicht geguckt tatsächlich ich weiß dass ich gut material gerade farme und einem oder ist das der eine noch vom alten kann sein dass er einfach alle anzeigt die der nähe sind dann wäre 840 und wir waren da glaube ich mehr oder weniger hin weil wir da näher kommen voll zu sagen auf jeden fall ein schiff also 840 also hin und wieder mit das ist ein schiff ja spring dann raus wenn es soweit ist ne das lohnt sich ja total die netze da hause ja es ist mit der breite nein ich will das Wasser ich will nicht das Wasser ich will nicht nass sein nicht baden wie sieht es denn mit dem eiservorrat aus kommen wir damit weiter ja ich habe ganz kurz aber meine gesamten vorrat an glibber geschmolzen du kriegst gleich eine menge eisen ich wollte erstmal ein bisschen glibber haben äh seile noch zusammen legt seile kann was äh hat jemand noch schrott oder sowas für nägel ich habe nägel und schrott im winter muss man kurz zu mir kommen ich bin unterwegs ich bin direkt vor mir ich bin mal zur insel da auf der ecke auf der ecke auf der ecke ist das ah da gut dann Otto macht noch hilfe hilfe nimm mich mit nimm mich mit hm kannst du kochen hm ich kann craften ok dann nimm mich mit sehr schön so holz ja bestimmt dann mehrere sachen ok wir haben einen grünen punkt einen blauen punkt und einmal wahrscheinlich das ziel wo wir sowieso hin müssen wollen wir einen schritt zur seite also wir ok wir haben uns nein wir nähern uns trotzdem noch ich glaube wir müssen zum grünen punkt ich glaube wir müssen um oder wir schaffen das schon lass uns mal die ressourcen fahren lass uns mal ein bisschen hoch fahren dass wir das boot fertig haben überhaupt den platz halt auch bieten können so hier eisen herr kollegische demon wo 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 nimm hier oder hier dankeschön ich habe gesehen dass du gelandet bist das war jetzt dein todesvorteil möbel ist tot will jemand die mitnehmen die treibt die gerade weg hey möbel bleib hier was machst du da was chicken wings und da ist eine insel so falls wir zur insel wollen ein bisschen ressourcen dann ja dann setzt dir die segel gott ich habe ja nochmal gefragt hab ich gemacht ja schon die ressource ist jetzt rausgekommen geil ich brauche mittlerweile glaube ich ein 20er stack an holz ne 9 holz brauche ich um alle öfen zu befeuern ne 10 holz 10 holz ich hab 12 holz ich hab jetzt grad gar nix mehr weil ich alles jetzt verbaut hab wie du ich hab wieder für dich stein 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 nein hier glatt mal stehen hey demon nicht laufen hier gut das ist 3 das ist so kann ich schwere 3 fertig ich hab noch einen ich hab noch einen ja ein bisschen gehört hier vorne und nehmt euch mal so einen worldsfisch raus ach ich brauche Nägel uuuu ey ey Schrott hab ich nicht Schrott ist nicht ich kann dir noch ein Scharnier geben wenn du willst hier Scharnier nix von dir wenn du noch einen Baum machen möchtest ja Bäume sind ja auch nicht verkehrt so meine Taucherak wird mir das fast kaputt das ist eklig also ich hab hier noch holz viel zum befeuern ja ok das war jetzt schlau nice ähm na das war jetzt dumm alles ja wir treiben von der Insel weg hm ja unsere Insel ist die Frage wollen wir zur Insel hin eigentlich ja schon ja gut ich mach dann nochmal so ein Plantageteil für dich ne du musst hier so gegen brauch ich Nägel ja ich hab keine Nägel ja ich hab keine Nägel hier ist auch kein Schrott kann dir keinen Schrott anbieten ne ne alles gut ich hab gedacht ja da kann was bauen und doch nett ja aber sehr interessant wie nah das war in dem Segel ist ein Wunder dass unsere unsere Schiff noch nicht abgebrannt ist ja 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 das ist okay ich glaub wir haben die Insel äh wir haben die kleine Insel verloren ne die fahr direkt auf zu ah jetzt ja ne war's bei mir noch nicht ja man sitzt immer nur wenn man sich seitlich dreht warum auch immer ist bisschen weird Möwe Möwe ich seh dich komm nicht runter Möwe sonst bist du ey nicht mehr Möwe du bist so ausgemööft Entmööft so ich kann zumindest so eine Taucherflasche herstellen so wir haben wir haben es bald so dass außer ganze Netze sind und die Insel weg das ist das gut so okay ich muss jetzt zusammen haben schon nur zwei lange Seiten und ich habe so ein Gefühl wir sägen gerade auf etwas zu wo keine Ressourcen sind Wunde passieren oder wir sind jetzt im stillen Land könnte auch sein ja wir sind einfach aus dem Strom gerade raus es ist so ein bisschen eklig hast du für deine Öfen noch Holz? ist gerade okay so weißt du was ich jetzt noch mache für dich könnte man halt Plattform klein erweitern wie was für oh ich kriege eine größere Plattform ist er das nicht? weißt du was mein Problem ist? ich brauche wieder Nägel ja 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 ich würde dir gerne Nägel anbieten aber ich habe keinen Schrott aber weißt du was ich hab? Eisenhack tschüss ja wie wünscht es Verbraucher? ich glaube es auch nicht brauche ich auch Nägel ist egal nimm mal diese ne ich auch ja wenn wir nächste Insel kriegen gehe ich noch strott nö achso apropos Insel wie sieht es aus? ich glaube wir kommen nicht näher ne ich möchte ich fahr das sehr gelang wir fahren wieder in den Strom und nehmen wir für das nächste was kommt so Herr Demon hier kriegst du dort das letzte Eisen was ich habe mehr Eisen habe ich nicht kein Problem dann muss ich halt mal neues holen gucke vielleicht habe ich schon Glück und in irgendeinem Festival wo wir euch sammeln ist ob drin wer weiß hier hier ich habe mal ich habe einmal nur Suppe gegessen noch keine Suppe wir müssen aber genau Schalen haben hallo hi ja ich habe ja auch genug Schalen ich habe keine Ahnung da habe ich das kann ich nicht beantworten das weiß ich nicht das einzige was wir so gemacht haben ähm andere Frage ist können wir nochmal Wasserteil bauen Messmaterial dazu willst du es haben ja ich hätte gesagt wir machen noch ein drittes Wasser ist ausgehakt Schlaß brauchen wir vier Stück komm mal ne ich habe ja ich baue drei Kunststoff habe ich mehr als genug ich habe da oben was ins Ding Ding gelegt glaube ich warte 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 ne ich habe das hier ja ich habe da zwei Chess Deck und dann ist noch zwei Chess Deck jetzt hast du zwei Chess Deck bitte sehr Tobi ich befülle es gleich halt somit haben wir jetzt dreimal Wasser und klar wir haben durch die Wasserflaschen alles mehr als genug weil es so bitte? man kann Steine werfen die ich werfen wenn du liegst die gedrückt jetzt wirfst du sie ja hier ist ein Fass hier ist ein Fass oh ich habe hier ein bisschen Schrott gerät ok wir enthören uns auf jeden Fall vom grünen Punkt ja ja lass dich grad nicht verhindern da wäre noch eine Insel ja aber die fangen wir ja anfangen die ist ja ein realistischer Reichweite so also einmal Schrott habe ich jetzt aus dem Fass rausgekriegt sehr gut wir könnten aber jetzt mal schlafen gehen ja bin ich auch dafür wir gehen BUBU machen weiter weg ui kann der nicht einschlafen ja doch jetzt auf einmal nachts so guten morgen liebe so ganz heute auch schon klar so so das ist noch ein Fass und war noch Schrott drin ist hässlich kriege noch ein paar Nägel ich freue mich über Holz oben in den Öfen jawohl Holz kommt Holz müsste voll sein thank you kein Thema wow ich konnte noch einmal Stahl verbessern die Freude ist groß der Stahl ist da ja weißt du Stahl ist da ohne Ende ich könnte richtig die ganze Ecke weiterbauen aber das ist eklisch ich weiß kein Problem ich kann hier die Platten bei der Bauerei Anker bereit machen ja Sekunde ich bin auf dem Weg Anker ist bereit ja gehts sofort los komm komm vor ein Treffen und das Ding hat so ein Teich dass wir noch keine Insel gefunden haben wo ein bisschen größer ist wo noch andere Tiere sind weißt du ja die kriegst du erst wenn du die Story weiter spielst ja denke ich mal auch so aber deswegen machen wir das Ganze eher um jetzt Ressourcen zu sammeln damit sie das wär schon rüber geschwommen ich hm ok Anker bereit Anker ist bereit und werfen Anker wird geworfen beautiful so große Frage gibt es hier Dreck auf der Insel ich hab ein Klass voll Dreck ich hab ne das war was anderes Dreck Wassermelonen oh meine Axt ist kaputt da hast du dir drüber was zum Abbau ich kann jemand ne Stalax trocken wenn er möchte meine ist noch in Ordnung es geht zwar um ja und hier bitte seh ich hinter dir diese Stalax Michael alles klar au der Drecks Hai jetzt wäre ja nö blöd bau blöd ich hab mein Legonsamen wow hätten wir eigentlich die ganzen Sachen die wir äh anpflanzen was ist das? erntet ihr eigentlich irgendwer die ganze Zeit? ja naja wir haben jetzt so viele äh Ressourcen gerade von Kartoffeln und Rügen dass ich da nicht mehr so krass auf achte was versuchst du zu fressen? was? natürlich versuchst du oh fuck du musst ihn aufhalten das wär ganz gut das wär eklig geworden was hat er angefressen? ein Teil wo mehrere Sachen ranhing die aber danach keine Haltung mehr hat gehabt hätten wow so wichtigstes jetzt sind Flossen äh jetzt sind Algen sonst gehen die Flossen gleich kaputt eine kann ich noch ein Teil mit der wo versuch dann herausbekommen in piesern dann exk den lang der machts noch schon im wund und er ist unter bei mir hier bei mir ist auch mit herz glaube ich hier aus wie oder tun ich weiß nicht einfach abbauen mitnehmen muss gerade raus und schützt jemand dass eure metall spieler auch nicht kaputt gehen meine macht so langsam die grätsche und ich habe jetzt nicht auf dinge geachtet nice total axel mal den schrott ja die schnaps habe ich gehört wir können die mir habe der sack das war es schon das hat sich ausgeheilt nach gute vorarbeit geleistet brauchen wir steine nicht wirklich wir haben oben mit ganze trufe steine ja gut dann tauche ich mal rum wir haben die selbe gruppe ton und ärzt sein das wichtigste ja ich bräuchte halt schrott und das er ja genau den schrott und schrott ja hier schrott so kupfer ist jetzt etwas was ist das nicht so dramatisch wichtig von daher weil wir der arweg recht gut haben und dann brauchen wir aber für die batterien also mit dem und sand kann man zumindest noch glas draus machen vielleicht haben wir da später noch mal mit ja ja wahrscheinlich viel honigkläser und so und dafür heilsbalsam ich könnte mir vorstellen dass er weiß wozu das brauchst wenn wir regenerieren uns relativ schnell vom leben her macht naja geht aber jetzt kommen wir später kommen ja noch gefälliger angegner als der hier gut deswegen wahrscheinlich dann ändert aber nicht du kannst gar nichts mehr aufnehmen dann eventar ist daran dass die man ist hier ist nämlich noch reise ja ich bin hier ja lasse du wolltest noch was sagen ja gut aber es ändert nicht sagen dass wir noch relativ weit davon entfernt sind keine ahnung ich weiß nicht wann wann so inseln kommen die gefährlicher sind wir sind auch nicht mehr im chapter 1 recht gut haben wir noch lang drauf zu spielen ich meine dass wir jetzt gerade die sachen von chapter 1 machen und danach kommt er chapter 2 und chapter 2 hat als letztes die insel mit denen jetzt letztes ist glaube ich die stadt warte welches chapter 4 ist es gerade haben wir sind geplant zwei sind gemacht und steigt auf wenn ich mit auf sammeln steigt auf und ich konnte eine tonnet aufnahme musste am besten war meine mentar ist auch leer sonst auch sachen abzubauen weil die sachen für sonst was finden wir sie nicht wieder vielleicht ich habe schon immer sache in die drohwerfer ich habe eine frage ist wie wir einen so anderen sachen wie phosphorkommen weil früher war das was man tiefer tauchen konnte mit dem ding aber wie war unten nichts er hatte krokos muskos 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 geklaut ich denke wir haben jetzt erstmal wieder alles ja sieht gut aus ok ich muss entdecken kraft und also wo schon mich hin wir brauchen glaube ich drei stück wäre ja ich mache gleich drei tagen drei neue spiel heißt erstmal eisen für spiel ich hab jetzt irgendwo reingetan einfach die tun hier rein da sind extra tun für ressourcen hier bitte kein plastik rein könnte das plastik wieder mitnehmen ich hab dir einfach irgendwo reingelegt weil du sagst dass du brauchst ja ich hab's für nie plastik hol ich mal eigentlich von unten also ich brauche es hier oben nicht ok dann hole ich es gleich wieder mit weil dann kann ich es nämlich wie die plateaus benennen ich hab's raus ich tue es jetzt in die großküste ja ich hab viel sand eklig ah ist eklig hier sand brauche ich halt nur für ähm für bis jetzt für entweder tonbarren oder glas so jetzt haben wir jetzt auch erstmal so köpferbarren das kann ich alles mitnehmen flanken platzieren flanken platzieren flanken platzieren flanken platzieren äh ich brenne dann mal zuerst eisen kann ich da angehörte also rein holen äh ja 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 achso ich hab auch schrott für dich ich hab auch noch fünf schrott gut ich hab schön viel schrott 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 wo ist denn hier hier bin ich äh ich hab da angehörte gezogen dass man wieder weiter treiben könne ja ich auch kommt mir noch auf einmal ist mein hunger weg wotaf kommt das jetzt wie könnte das jetzt passieren ich hab euch irgendwas geworfen mitgeworfen kann das sein äh ups schau ich nicht nehm da da ich gut dann mach ich so viel wie ich kann ich nehme mir mal suppe kickel gut dann teil hab ich braucht ihr mit holz will jemand ein bisschen gefolgt haben ja ja ist mal nett er ist ein einziger stack danke sehr großzügig so bitte dann ich bau mal weiter ok meine flossen sind kaputt war zu erwarten oh meine flossen sind auch kaputt kaputt ja ich kann leider keine neuen crafts das wird ja hier gemacht ne ist halt nicht so schlimm also wir haben wieder ein neues stück gekriegt von äh total rand und wie lange hält die sauerstoffflasche eigentlich nicht lange zwei tauchgänge krass also zwar so große taucheskabane ist schon wieder fast kaputt jetzt brauche ich mal holz das segel eigentlich auf 9 sagen wir fahren wieder vernünftig oder ja also heiße ding habe ich jetzt schon mal was wenn ich schrotthaken machen muss bräuchte ich 18 schrott das ist interessant schrott habe ich jetzt alles verballert für nägel ich kann der einen schrott noch aufbieter was wir wollen wir jetzt zu den grünpunkt oder zu diesen weißt du jetzt der schrott hinter dich mhm ja da bringt mir nichts ja aber einen haben und nicht haben ne ich hab auch zumindest eine speere für euch probier eins so herr diemen und zwei aber ich brauch starne auf ne ja aber ihr habt ihr ersatz das ist ja nicht dass er auf einmal mit einem kampf da steht und dann hat der so keine waffen mehr das macht nichts so was wollte ich jetzt brauche noch was brauche jetzt brauchst du noch was für deinen schmelzöfen und holz ja ich glaube ich gerade nachgeführt aber das geht natürlich schnell da oben aber ich habe auch gerade selber genug holz ok dann fange ich an das plateau zu ergrößern willst du vergrößern ja ich brauche halt schrott das ist was ich gerade brauche für enterhaken wir lassen uns treiben irgendwo in den nirgendwo wir entfernen uns alle möglichen punkte wo wir gerade hin wollen außer einer da bleibt der konstant die frage jetzt wohin wollen wir zum grünen oder zu diesem clown und zum grünen kommen wir nicht mehr ja klar aber noch nicht also wir müssen zu einem der vor uns liegt das ist einfacher weil seitlich fahren das dauert lange ja so aber in dem sinne bedanke ich mich bei allen beteiligt wir wir haben schon wieder die zeit voll haut rein genießt den tag irgendwas frisst der hai tschuss